Hallo, ich bin Li und heute lesen wir mit freundlicher Genehmigung von Internetmärchen eine Rübezahl-Legende nach Moseus. Möchtest du keines unserer Höhbücher mehr verpassen? Dann klick einfach gratis und unverbindlich auf Abonnieren und die kleine Glocke. Die fünfte Legende von Rübezahl Seitdem Mutter Ilse von dem Gnom so herrlich war beschenkt worden, ließ er lange Zeit nichts mehr von sich hören. Zwar trug sich das Volk mit allerlei Wundergeschichten, welche die Fantasie der Hausmütter am geselligen Winterabend so lang und fein ausspann wie den Faden am Rocken, aber es war eitel Farbelei zur Kurzweil ausgedacht. Der Gräfin Cecilie, Voltairens Zeitgenossin und Schülerin, war noch in unseren Tagen die letzte Begegnung mit dem Gnom vorbehalten, bevor seine jüngste Hinabfahrt in die Unterwelt antrat. Diese Dame, mit Gicht und vornehmem Gebrechen beladen, machte nebst zwei gesunden, blühenden Töchtern die Reise ins Karlsbad. Die Mutter verlangte so sehr nach der Badekur und die Fräulein nach der Badegesellschaft nach Bällen und den übrigen Lustbarkeiten des Bades, dass sie gerade mit Sonnenuntergang ins Riesengebirge gelangten. Es war ein schöner, warmer Sommerabend. Kein Lüftchen regte sich. Der nächtliche Himmel mit funkelnden Sternen besät, die goldene Mondsichel, deren milchfarbenes Licht die schwarzen Waldschatten der hohen Fichten milderte, und die beweglichen Funken unzähliger leuchtender Insekten, die in den Gebüschen scherzten, gaben die Beleuchtung zu einer der schönsten Naturszenen, obwohl die Reisegesellschaft wenig davon wahrnahm. Denn Mama war, da es langsam bergan ging, von der schaukelnden Bewegung des Wagens in sanften Schlummer gewiebt worden, und die Töchter, nebst der Zofe, hatten sich jede in ein Eckchen gedrückt und schlummerten gleichfalls. Nur dem wachsamen Johann kam auf der hohen Warte des Kutschbockes kein Schlaf in die Augen. Alle Geschichten von Rübezahl, die er vor Zeiten so inbrünstig angehört hatte, kamen ihm jetzt auf dem Tummelplatz dieser Abenteuer wieder in den Sinn, und er hätte wohl gewünscht, nie etwas davon gehört zu haben. Ach, wie sehnte er sich nach dem sicheren Breslau zurück, wohin sich nicht leicht ein Gespenst wagte. Er sah schüchtern auf alle Seiten umher, und durchlief mit den Augen oft zweiunddreißig Regionen der Windrose in weniger als einer Minute, und, wenn er etwas ansichtig wurde, das ihm bedenklich schien, lief ihm ein kalter Schauer den Rücken herunter. Und die Haare stiegen ihm zu Berge. Zuweilen ließ er seine Besorgnisse den Schwager Postilion merken und forschte mit Fleiß von ihm, ob's auch Geheuer sei im Gebirge. Obwohl ihn dieser durch einen kräftigen Fuhrmannsschwur beruhigte, bangte ihm doch das Herz unablässig. Nach einer langen Pause der Unterredung hielt der Kutscher die Pferde an, murmelte etwas zwischen den Zähnen und fuhr weiter, hielten nochmals an und wechselte so verschiedentlich. Johann, der seine Augen festgeschlossen hatte, ahnte aus diesem Kutschmanöver nichts Gutes, blickte schüchtern auf und sah mit Entsetzen in der Weite eines Steinwurfs vor dem Wagen eine pechrabenschwarze Gestalt daherwandeln, von übermenschlicher Größe mit einem weißen spanischen Halskragen angetan, und das Bedenkliche bei der Sache war, dass der Schwarzmantel keinen Kopf hatte. Hielt der Wagen, so stand der Wanderer, und regte Wipprecht die Pferde an, so ging auch er weiter. »Schwager, siehst du was?« rief der zaghafte Tropf von dem hohen Kutschbock herab mit berganstehendem Haar. »Freulich, sehe ich was?« antwortete dieser ganz kleinlaut. »Aber schweig nur, dass wir es nicht irre machen.« Johann waffnete sich mit allen Stoßgebetlern, die er wusste, schwitzte dabei vor Angst kalten Todesschweiß. Und wie ein Blitzscheuer, wenn's in der Nachtwetter leuchtet und der Donner noch in der Ferne rollt, schon das ganze Haus rege macht, um sich durch die Geselligkeit vor der gefürchteten Gefahr zu sichern, so suchte aus dem nämlichen Instinkt der verzagte Diener Trost und Schutz bei seiner schlummernden Herrschaft und klopfte hastig ans Fensterglas. Die erwachende Gräfin, unwillig, dass sie aus ihrem sanften Schlummer gestört wurde, fragte, »was gibt's?« »Ihr Gnaden, schauen Sie einmal aus«, rief Johann mit zagender Stimme, »dort geht ein Mann ohne Kopf.« »Dummkopf, der du bist«, antwortete die Gräfin, »was träumt deine Pöbelfantasie für Fratzen! Und wenn dem so wäre«, fuhr sie scherzhaft fort, »so ist ja ein Mann ohne Kopf keine Seltenheit, es gibt deren in Breslau und außerhalb genug.« Die Fräuleins konnten indessen den Witz der gnädigen Mama diesmal nicht schmecken. Ihr Herz war beklommen verschrecken, sie schmiegten sich schüchtern an die Mutter an, beten und jammerten, »och, das ist Rübezahl, der Bergmönch!« Die Dame aber, die von der Geisterwelt eine ganz andere Theorie hatte als die Töchter, strafte die Fräulein dieser Vorurteile halber, bewies, dass alle Gespenster und Spukgeschichten Ausgeburten einer kranken Einbildungskraft wären, und erklärte die Geistererscheinung samt und sonders aus natürlichen Ursachen. Ihre Rede war eben in vollem Gange, als der Schwarzmantel, der auf einige Augenblicke dem Gespensterspäher aus den Augen geschwunden war, wieder aus dem Busch hervor und den Weg trat. Da war nun deutlich wahrzunehmen, dass Johann falsch gesehen hatte. Der Wandersmann hatte allerdings seinen Kopf, nur, dass sie ihn nicht wie gewöhnlich zwischen den Schultern, sondern wie ein Schoßhund, im Arme trug. Dieses Schreckbild in der Weite von drei Schritten erregte innerhalb und außerhalb des Wagens großes Entsetzen. Die Holdenfräulein und die Zofe, die sonst nicht gewohnt war, mit einzureden, wenn ihre junge Herrschaft das Wort führte, taten aus einem Munde einen lauten Schrei, ließen den seidenen Vorhang herabrollen, um nichts zu sehen, und verbargen ihr Angesicht wie der Vogel Strauß, wenn er dem Jäger nicht mehr entrinnen kann. Mama schlug mit Stummschrecken die Hände zusammen. Johann, auf den der furchtbare Schwarzmantel ein besonderes Absehen gerichtet zu haben schien, erhob in der Angst seines Herzens das gewöhnliche Feldgeschrei, womit die Geister begrüßt zu werden pflegen. »Alle guten Geister!« Doch ehe er ausgeredet hatte, schleuderte ihm das Ungestüm den abgehauenen Kopf gegen die Stirn, sodass er über Kopf von der Zinne des Polsters über den Ringnagel herabstürzte. In dem nämlichen Augenblicke lag auch der Postkutscher durch einen kräftigen Keulenschlag zu Boden gestreckt, und das Gespenst keuchte aus hohler Brust in dumpfen Tone diese Worte aus. »Nimm das von Rübezahl, dem Herrn des Gebirges, dass du ihm ins Gehege fuhrst! Verfallen ist mir Schiff, Geschirr und Ladung!« Hierauf schwang sich das Gespenst auf den Sattel, trieb die Pferde an und fuhr bergab, bergan, über Stock und Stein, dass vor dem Rasseln der Räder und dem Schnauben der Rosse von dem Angstgeschrei der Damen nichts hörbar war. Urplötzlich vermehrte sich die Gesellschaft um eine Person. Ein Reiter trabte ganz unbefangen neben dem Fuhrmann vorbei und schien es gar nicht zu bemerken, dass diesem der Kopf fehlte. Ritt vor dem Wagen her, als wenn er dazu gedungen wäre. Dem Schwarzmantel schien diese Gesellschaft eben nicht zu behagen, er lenkte nach einer anderen Richtung um, aber der Reiter tat dasselbe. Und so oft auch jen aus dem Wege bog, so konnte er den lästigen Geleitsmann nicht loswerden, der wie zum Wagen gebannt war. Das nahm den Fuhrmann groß Wunder, besonders da deutlich wahrnahm, dass der Schimmel des Reisigen einen Fuß zu wenig hatte, obgleich die dreibeinige Rosinante übrigens ganz schulgerecht traversierte. Dabei wurde dem schwarzen Kondukteur auf dem Sattelgaule nicht wohl zumute, und er fürchtete, seine Rübezahlsrolle dürfte bald ausgespielt sein, da der wahre Rübezahl sich ins Spiel zu mischen schien. Nach Verlauf einiger Zeit drehte sich der Reiter, dass er dicht neben den Fuhrmann kam, und fragte ihn ganz traulich, »Lanzmann ohne Kopf, wo geht die Reise hin?« »Wo wird's hingehen?« antwortete das Kutschergespenst mit furchtbarem Trutz, »wir seht der Nase noch.« »Wohl«, sprach der Reiter, »laß sehen, Gesell, wo du die Nase hast.« Darauf fiel er den Pferden in die Zügel, packte den Schwarzmantel beim Leibe und warf ihn so kräftig zur Erde, dass ihm alle Glieder dröhnten. Denn das Gespenst hatte Fleisch und Bein, wie sie ordentlicherweise zu haben pflegen. Behennt wurde die Maske abgerissen. Ah, da kam ein wohlproportionierter Krauskopf zum Vorschein, der gestaltet wie ein ganz gewöhnlicher Mensch. Weil sich nun der Schalk entdeckt sah und die sichere Hand seines Gegners fürchtete, der Reisige sei der leibhaftige Rübezahl, den er nachzuäffen sich unterfangen hatte, ergab er sich auf Diskretion und bat flehentlich um sein Leben. »Gestrenger Gebirgsherr«, sprach er, »ab der Baum mit einem Unglücklichen, der die Fußtritte des Schicksals von Jugend auf erfahren hat, der nie sein durfte, was er wollte, der jederzeit aus dem Charakter mit Gewalt herausgestoßen wurde, in den er sich mit Mühe hineinstudiert hatte, und, nachdem seine Existenz unter den Menschen vernichtet ist, auch nicht einmal ein Gespenst sein darf.« Diese Anrede war ein Wortgerede zu seiner Zeit. Der Gnom war gegen seinen Nebenbuhler so ergrimmt und würde ihn erdrosselt haben, wenn nicht seine Neugiere wäre rege gemacht worden, die Schicksale des Abenteurers zu vernehmen. »Sitz auf, Gesell«, sprach er, »und tue, was du geheißen wirst.« Darauf zog er vorerst dem Schimmel den vierten Fuß zwischen den Rippen hervor, trag an den Schlag, öffnete ihn und wollte die Reisegesellschaft freundlich begrüßen. Aber drin war es still wie in einer Totenkruft. Der übermäßige Schrecken hatte das weibliche Nervensystem so gewaltsam erschüttert, dass alle Lebensgeister aus den äußeren Werkzeugen der Empfindung hinter das Schutzgötter der Herzkammer sich geflüchtet hatten. Alles, was innerhalb des Wagens Leben und Odem hatte, von der gnädigen Frau bis auf die Zofe, lag in ohnmächtigem Hinbrüten. Der Reisige wusste indessen bald Rat zu schaffen. Er schöpfte aus dem vorüberrieselnden Bächlein einer frischen Bergwelle sein Hut voll Wasser, sprengte den erstorbenen Darm davon ins Gesicht, hielt ihn das Riechglas vor, rieb ihn von der flüchtigen Essenz an die Schläfe und brachte sie wieder ins Leben. Sie schlugen einer nach der anderen die Augen auf und erblickten einen wohlgestalteten Mann von unverdächtigem Ansehen, der durch seine Dienstbeflissenheit sich bald Zutrauen erwarb. »Es tut mir leid, meine Damen«, redete er sie an, »dass Sie in meinem Gerichtsbezirk von einem entlarvten Bösewicht sind beleidigt worden, der ohne Zweifel die Absicht hatte, Sie zu bestehlen. Aber Sie sind in Sicherheit, ich bin der Oberst von Riesenthal. Erlauben Sie, dass ich Sie zu meiner Wohnung geleite, die nicht fern ist.« Diese Einladung kam der Gräfin sehr gelegen, sie nahm mit Freuden an, und der Krauskopf bekam Befehl, fortzufahren, und gehorchte mit zagender Bereitwilligkeit. Um den armen Damen Zeit zu lassen, sich von ihrem Schrecken zu erholen, gesellte sich der Kavalier wieder zum Fuhrmann, hieß ihn bald rechts, bald links wenden, und dieser bemerkte ganz eigentlich, dass der Ritter zuweilen eine von den herumschwirrenden Fledermäusen zu sich berief und ihr geheime Aufträge erteilte. Was sein Grausen? Ja, noch vermehrte. In der Zeit von einer Stunde blinkte in der Ferne ein Lichtlein. Daraus wurden zwei und endlich vier. Es kamen vier Jäger herangesprengt mit brennenden Windlichtern, die ihren Herrn, wie sie sagten, ängstlich gesucht hatten, und erfreut schienen, ihn zu finden. Die Gräfin war nun wieder in vollem Gleichgewichte, und da sie sich außer Gefahr sah, dachte sie an den ehrlichen Johann und war um sein Schicksal bekümmert. Sie eröffnete ihrem Schutzpatron dieses Anliegen, der als bald zwei von den Jägern fortschickte, die beiden Unglückskameraden aufzusuchen und ihnen nötigen Beistand zu leisten. Bald darauf rollte der Wagen durchs düstere Burgtor in einem grauen Vorhof hinein und hielt vor einem herrlichen Palast, der ganz erleuchtet war. Der Kavalier bot der Gräfin den Arm und führte sie in die Prachtgemächer seines Hauses in eine große Gesellschaft ein, die da selbst versammelt war. Die Fräulein befanden sich in keiner geringen Verlegenheit, dass sie in Reisekleidern in einen so vornehmen Kreis traten, ohne vorher Toilette gemacht zu haben. Nach den ersten Höflichkeitsbezeugungen gruppierte sich die Gesellschaft wieder in verschiedene kleine Zirkel, und einige setzten sich zum Spiel, und andere unterhielten sich. Das Abenteuer wurde viel beredet und, wie es bei Erzählungen überstandener Gefahren gewöhnlich der Fall ist, weiter ausgeschmückt. Bald darauf führte der aufmerksame Wirt einen Mann ein, der recht wie gerufen kam. Es war ein Arzt, der nach dem Gesundheitszustande der Gräfin und ihrer schönen Töchter forschte, den Puls prüfte und mit bedeutender Miene mancherlei bedenkliche Krankheitsanzeigen ahnte. Obgleich sich die Dame nach Beschaffenheit ihrer Umstände so wohlbefand wie jemals, so machte sie doch die angedrohte Gefahr für das Leben ängstlich. Denn aller Liebesbeschwerden ungeachtet war ihr der gebrechliche Körper noch so lieb wie ein langgewohntes Kleid, das man nicht gern entbehrt, obgleich es abgetragen ist. Auf Verordnung des Arztes verschluckte sie starke Mengen temperierender Pulver und Tropfen und die gesunden Töchter mussten wieder Willen und Dank dem Beispiel der besorgten Mutter gleichfalls folgen. Allzu nachgiebige Patienten machen strenge Ärzte. Der blutdurstige Arzt bestand nun sogar auf einen Aderlass, zog in Ermangelung seines Handlangers, des Wundarztes, die rote Binde hervor, und die Gräfin bequemte sich zu dem angerühmten Schutzmittel gegen alle schädlichen Wirkungen des Schreckens. Denn nur mit Mühe mochte es die Überredungskunst des Arztes und die mütterliche Autorität über die Fräulein, dass sie die Furcht vor dem stählernen Zahn des Schneppers überwandten und den Fuß ins Wasser setzten. Zuletzt kam auch die Kammerjungfahnen die Reihe, obgleich sie doch beteuerte, sie sei so blutscheu, dass die kleinste Verwundung von einer Nähnadel ihr Schwindel und Ohnmachten zu erregend pflege. Aber so kehrte sich der unerbittliche Arzt doch an kein Weigern, entstrumpfte den Fuß des niedlichen Mädchens ohne Barmherzigkeit und bediente sie kunstmäßig und sorgsam wie ihre Herrschaft. Diese Operation war kaum vollendet, so begab man sich zur Tafel in den Speisesaal, wo ein königliches Mahl aufgetischt wurde. Die Schenktische waren bis an das Gesims des Deckengewölbes mit Silberwerk aufgeputzt, und es prangten da goldene und übergoldete Pokale und willkommen nebst den dazugehörigen Kredenzschalen von getriebener Arbeit. Eine herrliche Musik tönte aus dem Nebenzimmer und flötete den leckerhaften Schmaus und die feinen Weine den Gästen lieblich hinunter. Nach dem Abräumen der Schüsseln ordnete der Speisemeister den bunten Nachtisch, der aus Bergen und Felsen von gefärbten Zucker und Gummitragant bestand. Die Gräfin unterließ nicht, das alles in der Stille bei sich bewundern zu beherzigen. Sie wendete sich an ihren bebänderten Stuhlnachbar, seiner Angabe nach ein böhmischer Graf, fragte neugierig, was für ein Galatag hier gefeiert werde, und erhielt zur Antwort, dass nichts Außerordentliches vorgehe, es sei nur eine freundschaftliche Kollation guter Bekannten, die hier zufälligerweise zusammentreffen. Es nahm sie Wunder von dem wohlhabenden, gastfreien Obersten von Riesenthal, weder in noch außerhalb Breslau nie ein Wort gehört zu haben. Und so emsig sie auch die vornehmen Geschlechtstafeln durchlief, wovon ihr Gedächtnis einen reichen Vorrat aufbewahrte, konnte sie doch diesen Namen darunter nicht ausfindig machen. Sie gedachte, das von dem Worte selbst zu erforschen, wovon sie Aufschluss und Belehrung begehrte. Aber dieser wußte ihr so geschickt auszuweichen, dass sie nie mit ihm zum Zwecke kam. Geflissentlich riss er den Faden ab und zog die Unterredung in die lustigen Regionen des Geisterreiches hinüber. Und in einer Gesellschaft, die sich auf den Ton der Geistergeschichten und Geisterseherei stimmt, wird selten bald Feierabend. Wenigstens gebricht's in diesen Fächern, jahn Worthaltern und horchsam Zuhörern. Ein wohlgenährter Domherr wusste viel, wundersame Geschichten von Rübezahl zu erzählen. Man stritt für und wider seine Wahrheit. Die Gräfin, die recht in ihrem Elemente war, wenn sie den Lehrton anstimmen und gegen Vorurteile zu Felde ziehen konnte, setzte sich an die Spitze der philosophischen Partei, an dem nichts Gelenkes war als die Zunge und der sich zu Rübezahl als rechtlichen Anwalt aufwarf, durch ihre Starkgeisterei sehr in die Enge. Meine eigene Geschichte, fügte sie zum Beschluss noch hinzu, ist ein augenscheinlicher Beweis, dass alles, was man von dem berufenen Berggeiste sagt, leere Träume sind. Wenn er hier im Gebirgen sein Wesen hätte und die edlen Eigenschaften besäße, die ihm farbler und müßige Köpfe zueignen, so würde er einem Schurken nicht gestattet haben, solchen Unfug auf seine Rechnung mit uns zu treiben. Aber das armselige Unding von Geist konnte seine Ehre nicht retten, und ohne den edelmütigen Beistand des Herrn von Riesenthal hätte der freche Bube sein Spiel so weit mit uns treiben können, wie er Lust hatte. Der Herr vom Hause hatte an diesen Gesprächen bisher wenig Anteil genommen. Jetzt aber mischte er sich mit ins Gespräch und nahm das Wort. Sie haben auch das Nichtsein des alten Bewohners dieser Gegend mit guten Gründen genug bewiesen, und sein rechtlicher Beistand, unser Finanzrat, ist verstummt. Dennoch, dünkt mich, ließen sich gegen ihren letzten Beweis noch einige Einwürfe machen. Wie, wenn's der fabelhafte Gebirgsgeist bei ihrer Befreiung aus der Hand des entlarvten Räubers dennoch mit dem Spiel gewesen wäre? Wie, wenn dem Freund Nachbar beliebt hätte, meine Gestalt anzunehmen, um sie unter dieser unverdächtigen Maske in Sicherheit zu bringen, und, wenn ich ihnen sagte, dass ich von dieser Gesellschaft als Wirt vom Hause mich nicht einen Fuß breit entfernt habe? Dass sie durch einen Unbekannten in meine Wohnung sind eingeführt worden, dass der Nachbar Berggeist seine Ehre gerettet hätte und daraus folgen würde, dass er nicht ganz das Unding wäre, wofür sie ihn halten. Diese Rede brachte die Gräfin einigermaßen aus der Fassung, und die schönen Fräulein legten vor erstaunend die Gabel aus der Hand und sahen dem Tischwirt starr ins Angesicht, um ihm aus den Augen zu lesen, ob das im Scherz oder ernst gesagt sei. Die nähere Erörterung dieser Frage unterbrach die Ankunft des wiederaufgefundenen Bedienten und des Postkutschers. Der Letztere fühlte eben die Wonne bei Erblickung seiner vier Rappen im Stalle, die der Erstere empfand, als er frohlockend ins Tafelgemach eintrat und da selbst seine Herrschaft vergnügt und wohlbehalten antraf. Triumphierend trug er das ungeheure Riesenhaupt des Schwarzmantels einher, durch das er wie von einer Bombe zu Boden geschmettert worden war. Das Haupt wurde dem Arzte übergeben, um sein Gutachten darüber auszustellen. Doch ohne sein Messer anzustellen, erkannte er es als bald für einen ausgehüllten Kürbis, der mit Sand und mit Steinen angefüllt und durch den Zusatz einer hölzernen Nase und eines langen Flachsbartes zu einem grotesken Menschenantlitz aufgestutzt war. Nach aufgehobener Tafel steht die Gesellschaft auseinander, da der Morgen bereits herandämmerte. Die Damen fanden ein köstlich zubereitetes Nachtlager in seidenen Prunkbetten, wo sie der Schlaf so geschwind überraschte, dass die Fantasie nicht Zeit hatte, ihnen die Schreckenbilder der Gespenstergeschichte wieder vorzugaukeln und durch ihr gewöhnliches Schattenspiel ängstliche Träume anzuspinnen. Es war hoch am Tage, als Mama erwachte, der Zoo verklingelte und die Fräulein weckte, die gern noch einen Versuch gemacht hätten, in den weichen Daunen auch auf dem anderen Ohr zu schlafen. Allein die Gräfin verlangte so sehr, die Heilkräfte des Bades möglichst bald zu versuchen, dass sie durch keine Einladung des gastfreien Hauswirtes zu bewegen war, einen Tag zu verweilen, so gern auch die Fräulein dem Ball beigewohnt hätten, den er ihnen zu geben verhieß. Gerührt durch die freundschaftliche Aufnahme, die sie in dem Schlosse des Herrn von Riesenthal genossen hatten, der auf die höflichste Art bis an die Grenzen seines Gebietes ihnen das Geleit gab, beurlaubten sie sich mit der Verheißung, auf der Rückreise wieder einzusprechen. Kaum war der Gnom in seiner Burg angelangt, so wurde der Krauskopf ins Verhör geführt, der unter Furcht und Erwartung der Dinge, die da kommen würden, die Nacht in einem unterirdischen Keller zugebracht hatte. »Elender Erdenwurm«, redet ihn der Geist an, »was hältst du mich ab, dass ich dich zertrete für die in meinem Eigentum mir Spott und Hohn verübte Gaukelei? Büßen sollst du mit Haut und Haar für diese Frechheit!« »Groß, guter Regent des Riesengebirges«, fiel der Schlaukopf ihm ein, »so wohl begründet, eure Rechte über diesen Grund und Boden sein mögen, die ich euch auch so nicht streitig mache, so sagt mir erst, wo eure Gesetze angeschlagen sind, die ich übertreten habe, und dann verurteilt mich.« Diese Virtuosen-Sprache und die dreiste Ausflucht, die der Gefangene seinem strengen Richter im Wege des Rechtes entgegenstellte, ließen keinen gewöhnlichen Menschen vermuten. Darum mäßigte der Geist sein Unwillen einigermaßen und sprach, »meine Gesetze hat dir die Natur ins Herz geschrieben, aber damit du nicht sagen kannst, dass ich dich unverhörter Sache verurteilt habe, so rede und bekenne mir frei. Wer bist du, und was trieb dich hier im Gebirge, als ein Gespenst zu tosen?« Das war dem Verhafteten lieb zu hören, dass er zum Worte kommen sollte, hoffte durch die getreue Erzählung seiner Schicksale, sich von der verwirkten Rache des Geistes loszuschwatzen oder die Strafe doch wenigstens zu mildern. »Weiland«, fing er an, »eß ich der arme Kunz und lebte in der Sechsstadt Laubann, als ein ehrlicher Beutler kümmerlich von meiner Hände Arbeit. Denn es gibt kein Gewerbe, das käglich ernährt als die Ehrlichkeit. Obgleich meine Beutel guten Vertrieb fanden, weil die Rede ging, das Geld ruhe darin wohl, indem ich als der siebente Sohn meines Vaters eine glückliche Hand hätte, so widerlegte sich doch dieser Glaube durch mich selbst. Mein eigener Beutel blieb immer leer und ledig, wie ein gewissenhafter Magen am Fastage. Dass aber mein Kunden sich das Geld in den von mir erhandelten Beuteln so wohl konservierte, lag meinem Bedenken nach weder an der glücklichen Hand des Meisters noch an der Güte der Arbeit, sondern an dem Stoff meiner Beutel. Sie waren von Leder. Ihr sollt wissen, Herr, dass ein lederner Beutel das Geld alle Zeit fester hält als ein netzförmiger, durchlöcherter von Seide. Wem man einem ledernen Beutel genügt, der ist nicht leicht ein Verschwender, sondern ein Mann, der, wie das Sprichwort sagt, den Knopf auf den Beutel hält. Die Durchsichtigen aber von Seide und Goldswern befinden sich in den Händen vornehmer Prasser, und da ist kein Wunder, wenn sie an allen Orten ausrennen, wie ein durchlöchert Fass und, so viel man auch hineinschüttet, dennoch immer leer und ledig bleiben. Mein Vater prägte seinen sieben Buben fleißig die goldene Lehre ein, Kinder, was ihr tut, das treibt mit Ernst. Darum trieb ich mein Gewerbe unverdrossen, ohne dass mein Nahrungszustand dadurch gefördert wurde. Es kam Teuerung, Krieg und bös Geld ins Land. Meine Mitmeister dachten, leicht Geld, leichte Ware. Aber ich dachte, ehrlich wert am längsten, gab gute Ware für schlecht Geld, arbeitete mich an den Bettelstab, war in den Schuldturm geworfen, aus der Innung gestoßen und, als mich meine Gläubiger nicht mehr länger ernähren wollten, ehrlich des Landes verwiesen. Auf dieser Wanderschaft ins Elend begegnete mir einer meiner alten Kunden. Er ritt auf einem stolzen Ross stattlich einher, rief mich an und höhnte mich, »du Pfuscher, du Lump, bist sie ich wohl deiner Kunst nicht Meister, verstehst sie gar schlecht, weißt den Darm aufzublasen und ihn nicht zu füllen. Machst den Topf und kannst nicht reinkochen, hast Leder und kein Leisten dazu, machst so herrliche Beutel und hast kein Geld.« »Höre, Gesell«, antwortete ich dem Spötter, »du bist ein elender Schütz, triffst mit deinen Pfeilen nicht ans Ziel. Es sind mehr Dinge in der Welt, die zusammengehören und die man nicht beieinander findet. Da hatten manche einen Stall und kein Pferd hineinzuziehen oder eine Scheuer und keine Gaben auszudreschen, einen Brotschrank und kein Brot oder einen Keller und keinen Haustrunk. Und so sagt auch das Sprichwort, einer hat den Beutel, der andere das Geld. »Besser ist doch beides zusammen«, versetzte er, »bist du gesonnen, bei mir in die Lehre zu treten, so will ich einen vollkommenen Meister aus dir machen, und weil du das Beutelmachen so wohl verstehst, will ich dich auch lehren, den Beutel zu füllen. Denn ich bin ein Geldmacher meines Handwerks. Da nun beide Professionen einander in die Hand gehen, ist billig, dass die Kunstverwandten gemein Sache machen.« »Wohl«, sprach ich, »seid ihr ein zünftiger Meister in irgendeiner Münzstadt, so mag's drum sein. Aber münzt ihr auf eure eigene Rechnung, so ist's halsbrechende Arbeit, die mit dem Galgen lohnt, dann halte ich mich fern.« »Wer nicht wagt, der nicht gewinnt«, sprach er, »und wer bei der Schüssel sitzt und nicht zulangt, der mag darben.« »Am Ende läuft's auf eins hinaus, ob du erstickst oder verhungerst, einmal muss es doch gestorben sein.« »Nur mit Unterschied«, fiel ich ihm ein, »ob einer als ein ehrlicher Mann stirbt oder als ein Übeltäter.« »Ach, Vorurteil«, rief er, »was kann das für eine Übeltat sein, wenn einer ein Stück Metall rundet?« Kurz, der Mann hatte eine Gabe zu überreden, dass ich mir seinen Vorschlag gefallen ließ. Ich fand mich bald ins Handwerk, war eingedenk der väterlichen Lehre, mein Geschäft mit Ernst zu treiben, und erfuhr, dass die Geldmacherkunst besser und gemächlich ernähre als die Beutlerzunft. Aber wir wurden entdeckt und laut Urteil und Recht auf Lebenszeit auf den Festungsbau gebracht. Hier lebte ich einige Jahre nach der Regel der büßenden Brüder, bis ein guter Engel, der damals im Lande herumzog, alle Gefangenen los und ledig zu machen, die knochenfest und rüstig waren, mir die Tür des Gefängnisses auftat. Es war ein Werbeoffizier, der mir, anstatt für den König zu karren, den edleren Beruf gab, für ihn zu fechten. Mit diesem Tausch war ich wohl zufrieden. Ich nahm mir nun vor, ganz Soldat zu sein, zeichnete mich bei jeder Gelegenheit aus, war immer der Erste beim Angriff, und wenn wir zurückgingen, war ich so gewandt, dass mich der Feind nie einholen konnte. Das Glück wollte mir wohl, schon führte ich eine Rotte Reiter an und hoffte, bald höher zu steigen. Da ward ich einmal auf Vorragierung ausgeschickt und befolgte meine Order so streng und pünktlich, dass ich nicht nur Speicher und Scheuer, sondern auch Kisten und Kasten in Häusern und Kirchen rein ausvorragierte. Zum Glück war es ein Freundesland, das gab großen Lärm. Gäßige Leute nannten das Unternehmen eine Plünderung, man machte mir als Plünderer den Prozess, ich wurde degradiert durch eine Gasse von 500 Mann eilends aus dem ehrsamen Stande herausgestäubt, indem ich gedachte, mein Glück zu machen. Jetzt wusste ich keinen anderen Rat, als wieder zu meinem Beruf zu greifen. Aber es fehlte mir an Barschaft, Leder einzukaufen und an Lust zu arbeiten. Weil ich nun wegen des allzu wohlfeilen Verkaufs ein unstreitiges Recht auf meine ehemalige Ware zu haben vermeinte, so fasste ich den Anschlag, mich dieser mit guter Arbeit wieder zu bemächtigen, und ob sie schon durch Langgebrauch abgenutzt war, mich dennoch meines Schadens hin etwas dadurch zu erholen. Darum fing ich an, die Taschen zu untersuchen, und hielt jeden Beutel, den ich witterte, für einen von meiner Arbeit, machte Jagd darauf, und alle derer, ich mich bemächtigen konnte, erklärte ich alsbald als gute Prisen. Bei dieser Gelegenheit hatte ich die Freude, einen guten Teil meiner eigenen Münze wieder einzukassieren. Denn obgleich sie verrufen war, so kursierte sie doch nach wie vor in Handel und Wandel. Dies Gewerbe ging eine Zeit lang wohl vonstatten. Ich besuchte unter mancherlei Gestalten, bald als Kavalier, bald als Handelsmann, Messen und Märkte, hatte mich so gut in mein Fach einstudiert, meine Hand war so geübt und behennt, dass sie nie einen Fehlgriff tat und mich reichlich näherte. Diese Lebensart behagte mir trefflich, dass ich beschloss, dabei zu verharren. Doch der Eigensinn meines Geschicks gestattete mir nie, das zu sein, was ich wollte. Ich bezog den Jahrmarkt zu Lignitz und hatte da den Beutel eines reichen Pächters aufs Korn genommen, der von Gold strotzte wie der Bauch seines Besitzers von Schmerz. Durch die Unbehilflichkeit des schweren Säckels missriet der Kunstgriff in meiner Hand. Ich wurde auf der Tat ergriffen und unter der gehässigen Anklage als ein Beutelschneider vor Gericht gestellt, obschon ich diesen Namen nicht in einer unehrlichen Bedeutung verdiente. Ich hatte zwar eh dem Beutel genug zugeschnitten, aber nie hatte ich einem Menschen den Geldbeutel abgeschnitten, wie man mich doch beschuldigte. Sondern alle, die ich erbeutet hatte, waren mir gleichsam freiwillig in die Hände gelaufen, als wenn sie zu ihrem ersten Eigentümer zurückkehren wollten. Ach, diese Ausreden halfen zu nichts. Ich wurde in den Stock gelegt und mein Unstern wollte, dass ich abermals nach Urteil und Recht aus meinem Nahrungsstande hinausgestäubt werden sollte. Diesem lästigen Verfahren kam ich zuvor, ersah meine Gelegenheit und strich mich in der Stille aus dem Gefängnis. Ich war unentschlossen, was ich nun anheben und treiben sollte, um nicht zu hungern. Auch der Versuch, ein Bettler zu werden, missriet. Die Polizei in Groß-Glogau nahm mich in Anspruch, wollte mich wieder Willen und Dank verpflegen und mit Gewalt in einen Beruf hineinzwängen, der mir widerstand. Mit Mühe und Noten kam ich dieser strengen Gerichtsbarkeit, die sich herausnimmt, die ganze Welt zu bevormunden. Ich mied darum die Städte und trieb mich als ein herumziehender Weltbürger auf dem Lande herum. Hier traf sich's, dass die Gräfin gerade durch den Flecken reiste, wo ich meinen Aufenthalt hatte. Es war etwas an ihrem Wagen zerbrochen, das wieder ausgebessert werden musste, und unter mehreren müßigen Leuten, welche die Neugierde trieb, nach der fremden Herrschaft zu gaffen, traf ich auch mit unter den Haufen und machte Bekanntschaft mit dem Bedienten, der mir in der Einfall seines Herzens anvertraute, dass ihm vor euch, Herr Rübezahl, gewaltig bange sei, weil wegen des Verzugs die Reise nun in der Nacht durchs Gebirge gehen würde. Das brachte mich auf den Einfall, die Zaghaftigkeit der Reisegesellschaft zu nutzen und in der Geisterwelt meine Talente zu versuchen. Ich schlich mich seitab in die Wohnung meines Patrons und Pflegers, des Dorfküsters, der eben abwesend war, bemächtigte mich seiner Amtskleidung, einem schwarzen Mantel. Zugleich fiel mir ein Kürbis ins Gesicht, der zum Aufputz des Kleiderschrankes diente. Mit dieser Zurüstung und einem handfesten Bläuel versehen begab ich mich in den Wald und staffierte da meine Maske aus. Welchen Gebrauch ich davon gemacht habe, ist euch genugsam bekannt, und dass ich ihn ohne eure Dazwischenkunft meinem Meisterstreich glücklich ausgeführt hätte, ist außer Zweifel. Mein Spiel war bereits gewonnen. Nachdem ich mich der beiden feigen Kerle entledigt hatte, war meine Absicht, den Wagen tief in den Wald hineinzuführen und, ohne den Damen das Geringste zu Leide zu tun, nur einen kleinen Trödelmarkt zu eröffnen und den schwarzen Mantel, der in Absicht seiner mir geleisteten Dienste von keinem geringeren Wert war, gegen ihre Barschaft und Geschmeide zu vertauschen, ihnen eine glückliche Reise wünschen und mich bestens zu empfehlen. Aufrichtig gesprochen, Herr, von euch fürchtete ich am wenigsten, dass ihr mir den Markt verderben würdet. Die Welt ist so ungläubig, dass man nicht einmal die Kinder mit euch mehr fürchten machen kann, und wenn nicht etwa noch hier und da ein Tropf, wie der Bediente der Gräfin oder ein Weib hinter dem Rock euch zuweilen erwähnte, so hätte euch die Welt längst vergessen. Ich dachte, wer Röbezahl sein wollte, der dürfte es. Ich bin nun eines anderen belehrt und befinde mich in eurer Gewalt, habe mich auf Gnade und Ungnade ergeben und hoffe, dass meine offenherzige Erzählung euren Unwillen mildern werde. Euch wär's ein kleines, einen ehrlichen Kerl aus mir zu machen, wenn ihr mich mit einem guten Zierpfennig aus eurer Braupfanne entließet oder mir so wie jenem hungrigen Passagier ein Schock Heckschlehen von eurem Zaune pflücket, der sich auf eurem Obst zwar einen Zahn ausbiss, aber die Schlehen hernach in eitel goldene Knöpfe verwandelt fand. Oder wenn ihr von den acht goldenen Kegeln, die euch übrig sind, mir einen verehrtet, davon ihr den neunten Weiland einem Prager Studenten schenktet, der mit euch kegelte, oder den Milchkrug, dessen geronnene Milch sich in Goldkäse verwandelte, oder wenn ich straffällig bin, mich so wie jenen wandernden Schuster Schulmeisterhaft mit der goldenen Rute strichet und mir solche hernach zum Andenken verehret, wie die Handwerker auf ihrem Gelagen und Herbergen von euch zu erzählen wissen, so wäre mein Glück mit einem Male gemacht. Wahrlich, Herr, wenn ihr die Bedürfnisse der Menschen fühlet, so würdet ihr ermessen, dass es schwer hält, ein Biedermann zu sein, wenn man an allem Mangel leidet. Denn wenn man zum Exempel Hunger fühlt und kein Schärflein im Beutel hat, so ist es eine Heldentugend, eine Semmel nicht zu stehlen von dem Brotvorrat, den ein reicher Bäcker auf seinem Laden zur Schau ausgestellt hat. Das Sprichwort sagt, Not hat kein Gebot. »Geh, Schurke«, sprach der Gnom, nachdem der Krauskopf ausgeredet hatte, »so weit dich deine Füße tragen und ersteige den Gipfel deines Glückes am Galgen.« Hierauf verabschiedete er sein Häftling mit einem kräftigen Fußtritte, und dieser war froh, dass er mit so gelinder Strafe abkam und pries seine Rede, die seiner Meinung nach ihn diesmal aus einer sehr kritischen Lage gezogen hatte. Er sputete sich fleißigst, dem gestrengen Gebirgsherrn aus den Augen zu kommen, und ließ aus Eilfertigkeit den schwarzen Mantel zurück. So sehr er aber eilte, so schien es doch nicht, als wenn er aus der Stelle käme. Er sah immer die nämlichen Gegenden und Berge vor sich, obgleich er die Burg, in der ein Gefangener gewesen war, aus dem Gesicht verloren hatte. Abgemattet von diesem endlosen Kreislauf legte er sich unter einen Baum, im Schatten ein wenig auszuruhen und auf irgendeinen Wanderer zu lauern, der ihm zum Wegweiser dienen könnte. Darüber fiel er in einen festen Schlaf, und als er wachte, war um ihn herum her dicke Finsternis. Er wusste gar wohl, dass er unter einem Baume eingeschlafen war, gleichwohl hörte er kein Säuseln des Windes in den Ästen, sah auch keinen Stern durch das Laub schimmern, noch die geringste Nachthellung. Im ersten Schrecken wollte er aufspringen, da hielt ihn eine unbekannte Kraft zurück, und die Bewegung, die er machte, gab ein laut widerhallendes Geräusch wie das Geklirr von Ketten. Nun wurde er gewahr, dass er in Fesseln lag, und vermeinte vielhundert Klafter unter der Erde, wie der Rübezahls gewahrsam zu sein, worüber ihm große Furcht und Entsetzen kam. Nach ewigen Stunden begann es, um ihn herzutagen, doch das Licht fiel nur kerklich durch das eiserne Gitter eines kleinen Fensters zwischen den Mauern herein. Ohne zu wissen, wo er sich eigentlich befand, kam ihm der Kerke doch nicht ganz fremd vor. Er hoffte auf den Gefangenenwärter, wiewohl vergebens, es verlief eine lange Stunde nach der anderen. Hunger und Durst peinigten den Verhafteten, er fing an Lärm zu machen, rasselte mit den Ketten, pochte an die Wand, rief ängstlich um Hilfe und vernahm Menschenstimmen in der Nähe. Aber niemand wollte die Tür des Gefängnisses auftun. Endlich waffnete sich der Karkermeister mit einem Gespenstersegen, öffnete die Tür, schlug ein großes Kreuz vor sich und fing an, den Teufel auszutreiben, der seiner Einbildung nach in dem ledigen Kaker tobte. Doch da die Spukerei näher betrachtet, erkannte er seinen entwichenen Gefangenen den Beutelschneider und Kunst den Karkermeister in Lignitz. Jetzt wurde er inne, dass ihn Rübelzahl wieder zurückbefördert hatte. »Sieh da, Großkopf«, redete ihn der Gerichtsfrohen an. »Bist du wieder in deinen Käfig gehüpft? Woher des Landes?« »Immer da zum Tor herein«, antwortete Kunz, »bin des Herumlaufens müde, hab mich, wie ihr seht, in Ruhe gesetzt und mein altes Quartier wieder aufgesucht, so er mich beherbergen wollt.« Obgleich niemand begreifen konnte, wie der Gefangene wieder in den Turm gekommen sei und wem die Fesseln angelegt habe, so behauptete Kunz, der sein Abenteuer nicht wollte kund werden lassen, dennoch dreist, er habe sich freiwillig wieder eingefunden. Ihm sei die Gabe verliehen, nachgefallen durch verschlossene Türen aus- und einzugehen, die Fesseln anzulegen und sich ihrer, wenn er wollte, wieder zu entledigen. Denn ihm sei kein Schloss zu fest. Durch diesen scheinbaren Gehorsam bewogen, verschonten ihn die Richter mit der verwirkten Strafe und legten ihm nur auf, so lange für den König zu karren, bis er sich nach gefallen der Fesseln entledigen würde. Man hat aber nicht vernommen, dass er von Bewilligung jemals Gebrauch gemacht hätte. Die Gräfin Cecilie war indessen mit ihrer Begleitung glückliche und wohlbehaltenen Karlsbad angelangt. Das Erste, was sie tat, war, den Badearzt zu sich zu berufen und ihn wie gewöhnlich über ihren Gesundheitszustand und die Einrichtung der Kur zu konsultieren. Trat herein der Weiland hochberühmte Arzt, Dr. Springsfeld, aus Merseburg. »Seien Sie uns willkommen, lieber Doktor«, riefen Mama und die heulten Fräulein ihm traulich und fräulich entgegen. »Sie sind uns zuvor gekommen«, fügte Erstere hinzu, »wir vermuteten Sie noch bei Ihrem Herrn von Riesenthal, aber, loser Mann, warum haben Sie uns dort verschwiegen, dass Sie der Badearzt sind?« »Ach, Herr Doktor«, fiel Fräulein Hedwig ein, »Sie haben mir die Ader durchgeschlagen, der Fuß schmerzte mich, ich werde hier nun hinken und nicht mehr walzen können.« Der Arzt stürzte, sonn lange hin und her und erinnerte sich nicht, die Damen irgendwo gesehen zu haben. »Ihre Gnaden verwechseln ohne Zweifel mich mit einem anderen«, sprach er, »ich habe vor dem nicht die Ehre gehabt, Ihnen persönlich bekannt zu sein. Der Herr von Riesenthal gehört auch nicht zu meiner Bekanntschaft, und während der Kurzeit pflege ich mich nie von hier zu entfernen.« Die Gräfin konnte keinen anderen Grund von diesem strengen Inkognito, das der Arzt so angsthaft behauptete, sich geben, als dass er ganz gegen die Denkungsweise seiner Kollegen für seine geleisteten Dienste nicht wollte belohnt werden. Sie erwiderte lächelnd, »Ich verstehe Sie, lieber Doktor. Ihr Zartgefühl geht aber zu weit. Sie soll mich nicht abhalten, mich für Ihre Schuldnerin zu bekennen, für Ihren guten Beistand dankbar zu sein.« Sie nötigte ihm darauf eine goldene Dose mit Gewalt auf, die der Arzt jedoch nur als Vorauszahlung annahm und, um die damals eine gute Kundin nicht unwillig zu machen, ihr nicht weiter widersprach. Dr. Springsfeld war keiner der unbehelflichen Ärzte, die außer der Gabe, ihre Pillen und Salben anzupreisen, keine andere besitzen, sich ihren Patienten lieb und angenehm zu machen. Er wusste seine Kunden mit artigen Geschichten, Stadtneuigkeiten und kleinen Anekdoten wohl zu unterhalten und ihre Lebensgeister dadurch aufzumuntern. Da vom Besuch der Gräfin seine medizinische Runde ging, gab er die sonderbare Begegnung mit der neuen Kundschaft in jedem Besuchszimmer zum Besten, ließ bei der oftmaligen Wiederholung die Sache unvermerkt wachsen und kündigte die Dame bald als eine Kranke, bald als ein Medium oder Seherin an. Man war begierig, eine so außerordentliche Bekanntschaft zu machen, und die Gräfin Cecilie wurde in Karlsbad das Märchen des Tages. Alles drängte sich in der Gesellschaft zu ihr, da sie mit ihren schönen Töchtern zum ersten Mal erschien. Es war ihr und den Fräuleins ein höchst überraschender Anblick, die ganze Gesellschaft hier anzutreffen, in die sie vor einigen Tagen in dem Schlosse des Herrn von Riesenthal war eingeführt worden. Der bebänderte Graf, der wohlbebauchte Domherr, der gelähmte Finanzrat fielen ihm gleich zuerst in die Augen. Mit freundlicher Unbefangenheit wendete sich die gesprächige Dame bald zu dem, bald zu jenem von der Gesellschaft, nannte jeden bei seinem Namen und Charakter, sprach viel vom Herrn von Riesenthal, bezog sich auch auf die bei diesem gastfreien Manne mit ihnen allerseits gepflogenen Unterredungen und wusste sich nicht zu erklären, wohin das fremde und kalte Betragen aller der Herren und Damen deuten sollte, die vor kurzem so viel Freundschaft und Vertraulichkeit gegen sie geäußert hatten. Natürlich geriet sie auf den Wahn, das sei eine verabredete Sache, und der Herr von Riesenthal würde der Schägerei dadurch ein Ende machen, dass er unvermutet selbst zum Vorschein käme. Sie wollte ihm trotzdem nicht den Triumph gönnen, über ihren Scharfsinn gesiegt zu haben, und gab dem bekrückten Finanzrat scherzweise den Auftrag, seine vier Füße in Bewegung zu setzen und den obersten aus dem verborgenen Hinterhalt hervorrufen und einzuführen. Alle diese Reden bewiesen nach der Meinung der Badegesellschaft so sehr eine überspannte Fantasie, dass sie samt und sonders die Gräfin bemitleideten, die nach dem Urteil aller Anwesenden eine sehr vernünftige Frau schien und ihren Reden und dem Gange der Gedanken nichts Ausschweifendes verriet, wenn ihre Fantasie nicht den Weg über das Riesengebirge nahm. Die Gräfin ihrerseits erriet aus den bedeutsamen Gesichtszügen, winken und blicken, dass man sie schief beurteilte und, dass man wähne, ihre Krankheit habe sich aus den Gliedern, ins Hirn versetzt. Sie glaubte, die beste Widerlegung dieses kränkenden Vorteils sei die aufrichtige Erzählung ihres Abenteuers auf der schlesischen Grenze. Man hörte sie mit der Aufmerksamkeit, mit der man ein Märchen anhört, das auf einige Augenblicke angenehm unterhält, davon aber man kein Wort glaubt. »Wunderbar!« riefen alle Zuhörer aus einem Munde und sahen bedeutsam den Dr. Springsfeld an, der verstohlen die Achsel zuckte und sich gelobte, die Patientin nicht eher seiner Pflege zu entlassen, bis das mineralische Wasser das abenteuerliche Riesengebirge aus ihrer Fantasiewürde weggespült haben. Das Bad leistete indessen alles, was der Arzt und die Kranke davon erwartet hatten. Da die Gräfin sah, dass ihre Geschichte bei dem Karlsbaderarzt wenig Glauben fand und sogar ihren gesunden Menschenverstand verdächtig machte, redete sie nicht mehr davon. Und Dr. Springsfeld unterließ nicht, dieses Schweigen den Heilkräften des Bades zuzuschreiben, das doch auf eine ganz andere Art gewirkt und die Gräfin aller Gichter- und Gliederschmerzen entledigt hatte. Nachdem die Badekur beendigt war, die schönen Fräulein sich genug hatten begaffen und bewundern lassen und sich satt und müde gewalzt hatten, kehrten Mutter und Töchter nach Breslau zurück. Sie nahmen mit gutem Vorbedacht den Weg wieder durchs Riesengebirge, um dem gastfreien Obersten Wort zu halten, bei der Rückreise bei ihm vorzusprechen. Denn von ihm hoffte die Gräfin Auflösung des ihr unbegreiflichen Rätsels, wie sie zur Bekanntschaft der Badegesellschaft gelangt sei, die sich so wild fremd gegen sie gebärdete. Aber niemand wusste den Weg nach dem Schlosse des Herrn von Riesenthal nachzuweisen. Noch war der Besitzer zu erfragen, dessen Name sogar weder diesseits noch jenseits des Gebirges bekannt war. Dadurch wurde die verwunderte Dame endlich überzeugt, dass der Unbekannte, der sie in Schutz genommen hatte, kein anderer gewesen sei als Rübezahl, der Berggeist. Sie gestand, dass er das Gastrecht auf eine edelmütige Art an ihr ausgeübt hätte, verziehe ihm seine Neckerei mit der Badegesellschaft und glaubte nun von ganzem Herzen an die Existenz der Geister. Obgleich sie um der Spötter willen Bedenken trug, ihren Glauben vor der Welt offenbar werden zu lassen. Seit der Vision der Gräfen Cecilie hatte Rübezahl nichts mehr von sich hören lassen. Er kehrte in seine unterirdischen Staaten zurück, und da bald nach dieser Begebenheit der große Erdbrand ausbrach, der Lissabon und nachher Guatemala zerstörte, seitdem immer weiter fortgewütet und sich neuerlich bis an die Grundfeste des deutschen Vaterlandes verbreitet hat, so fanden die Erdgeister so viele Arbeit in der Tiefe, den Fortgang der Feuerströme zu hemmen, dass sich seitdem keiner mehr auf der Oberfläche der Erde hat blicken lassen. Denn, dass die Länder am Rhein- und Neckarstrom auf ihrer alten Erdscholle noch so grund- und bodenfest stehen wie der Brocken und das Riesengebirge, ja, das ist das Werk der wachsamen Gnomen und ihrer unermüdlichen Arbeit. Das war die fünfte Legende von Rübezahl. Wenn sie dir gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du auf den Daumen hoch klickst und vielleicht das Hörbuch mit jemandem teilst. Wenn du magst, hören wir uns morgen wieder. Aber jetzt schlaf gut.